Aktuell fliegen wir sie von vier verschiedenen Flughäfen von Deutschland aus in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ab Winter 2015 nehmen wir weitere fünf Abflughäfen in unser Programm auf. Insgesamt stehen Ihnen dann neun Abflughäfen zur Verfügung, sieben davon mit Non-Stop-Flügen nach Ras Al-Keima. Das neue Tor zum Orient. Sieben Abflughäfen an sieben Tagen in der Woche. Wir wünschen einen guten Flug.